Hallo, ich grüße euch, der Options Trader hier. Bitte den Risikoinweis lesen. Vielen Dank. Heute werden wir die wichtigsten Märkte kurz besprechen. SPX, DAX, NDX, Bitcoin und ein bisschen Gold. Und fangen wir mit dem SPX an. Monthly. Wir sehen hier im Monthly folgendes. Wir sind im Aufwärtstrend. Wenn ADX steigt, T plus wird ein bisschen schwächer. Wir sind jedoch immer noch im symbolischen Bereich, sind aus der Volatilität hier so ein bisschen raus. Volatilität beim ADX, sprich wenn wir die Bänder hier berühren mit Schlusskursen, heißt es, dass der Markt eben hier etwas aggressiv läuft, sprich der Trend etwas aggressiv ist, aber positiv nicht übertrieben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir in den nächsten ein, zwei Wochen in eine Range hier hinein kommen. Und jetzt schauen wir mal im Weekly, welche Range das sein kann und was wir hier erwarten können. Im Weekly haben wir einen feilenden ADX. Wir haben hier die 20er berührt. Der Markt ist sozusagen hier in Balance. Und jetzt ist halt die Frage, welche Stärke kann der Markt entwickeln? Die Parabolik ist jetzt hier oberhalb der Preis-Action. Das bedeutet, dass wir jetzt hier einige Wochen erstmal seitwärts laufen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich denke, dass dieses Level hier in diesem Bereich 5,180 im SPX 5,192 um den Dreh auf Schlusskurs eine große Widerstandszone sein wird. Und wir sollten uns dann eher darauf einstellen, dass der Markt hier die nächsten, sage ich mal, zwei bis drei Wochen sich in diesem Dreieck hier befinden wird, bevor er hier testet, in welche Richtung er ausreist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir die 20er hier nochmal in ein, zwei, drei Wochen testen. Das macht Sinn nach den Earnings, nach den Big Boys. Die haben ja auch irgendwann im Mai, Mitte, Ende Mai einige. Und der Markt versucht hier natürlich auch, die Abhängigkeit etwas abzuschütteln. Das ist geschehen. Man ist aus Nvidia und einigen Tech-Werten raus und ist zum Beispiel in die Banken rein und auch andere Werte. Das war jetzt hier beim Abverkauf der Fall. Also es war in der Hinsicht kein Crash in Anführungszeichen, ganz normaler Abverkauf, eine Umschichtung der großen Jungs. Und das ist noch nicht zu Ende und man wartet dann sicherlich Nvidia ab, denn man möchte hier auch keine Übertreibung haben wie letztes Mal. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir in diese Range reinkommen. Also es ist richtig positiv mit einer Seitwärts-Tendenz im SPX. Im Daily, wie gesagt, dürfte die nächsten Tage hier diese Spanne, 5, 1, 8, 0, vielleicht auch mehr da drunter, dürfte eine Rolle spielen. Das sollte hier zumindest auch mindestens drei, vier Tage halten, dieses Level. Aber es ist noch nicht vom Tisch. Ich habe hier die 200er jetzt auch noch gerade drin, ganz kurz bedenkt. Klar, wenn er schon so nah an einer längerfristigen Moving ist, ist die Frage, lässt er sich das nehmen, hier diese zu testen. Momentan, hier hat das nicht getan. Das heißt, wir wären jetzt auf dem Level hier 5, 9. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er das früher oder später nochmal testen will. Also man sollte hier sich diese Range 4, 9, 50 und 4, 1, 50 mal ins Auge fassen. Diejenigen von euch, die hier auch Optionen traden oder auch Butterflies, könnte das eine interessante Range sein. Der DAX ist ein bisschen freundlicher in der Form. Er hat zumindest im ADX jetzt einen beginnenden Trend, ist auch nicht übertrieben auf einem hohen Niveau, konsolidiert er. Im Monthly erwarten wir halt auch so eine Range hier, 1500 Punkte, sollte er die nächsten ein paar Wochen halten. Auch hier haben wir einen schwächeren Trend. Parabolik, wenn sie oberhalb der Preis-Action ist, dann ist das immer etwas schwächer. Das heißt, der Trend ist eher rein von der Parabolik her im Abwärtstrend, aber vom Gesamt, vom ADX her, das ist der große Bruder, das ist unser Flaggschiff hier, der ist noch sehr gesund. Daher reden wir dann eher von einer Konsolidierung. Und ja, also dahingehend erwarten wir auch maximal hier so eine, da wo wir jetzt gerade sind, eine Widerstandszone. Und wir erwarten hier da nochmal leichte Rücksetzer. Die 18 wird sicherlich auch hier nochmal eine Rolle spielen in dieser Range. Vielleicht noch ein bisschen tiefer, wenn wir Pech haben, nochmal die 20er. Ja, so richtig beruht wurde sie nicht. Tippe ich jetzt auch eher beim DAX. Tippen heißt jetzt nicht, weil es irgendwo in den Sternen steht, sondern wir leiten das ja in der ADX-Schule hier, Bollinger-Schule, leiten wir das von Erfahrungswerten, von Wiederholbarkeiten ab. Und da wir hier einen fallenden ADX haben und keinen Trend entwickeln, ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr groß, dass wir diese Range hier abarbeiten, wie schnell oder langsam. Das können wir dann im Daily 4 Stunden dann herleiten. Aber das sollte man sich hier mal ein bisschen hier drauf einstellen. Der NDX ist auch im Mansley hier in einer Konsolidierung. hat aber jetzt ein Signal, was ein bisschen ungut ist. In der Kürze ganz kurz, also wir erwarten eigentlich hier einen Bereich, ja, 1000 Punkte tiefer. 16,6 müsste er sich, ich tippe mal so die erste Maiwoche könnte ein bisschen wackelig sein. Klar, wir haben den Monatseffekt, das ist sicher. Aber meine, also von der Konstellation her müsste dann das recht schnell Richtung Mitte Mai, müsste da nochmal ein bisschen schwächer reinkommen von der Dynamik her im Nasdaq, also ein bisschen mehr als beim SPX. Wir sehen, das beginnt auch schon, Parallel läuft schon ein paar Wochen. Wir werden immer schwächer. Der D-minus bleibt hier stabil, also über der 20. Das ist ein Zeichen, dass der Markt hier weiter bärisch drückt. Und es reicht hier wiederum ein Schlusskurs im Weekly. Und wir werden hier die unteren Bänder, wie gesagt, entsprechend testen. Also auch hier haben wir in den nächsten Wochen im Mai sicherlich Rückschlagspotenzial. Wichtig ist, dass dieser Bereich hält, 16.600 etc. sollte Aufschlusskurs halten. Para sollte nicht gebrochen werden. Das wäre langfristig eine längere Schiebezone. Also würden wir hier die Parabrechen, erwarten wir sogar noch mehr Korrektur in der Form. So langsam schleicht sich der Markt dran. Er testet, wie gesagt, ja selbst erst mal, was hält. Und darauf springen dann die Algos an. Wenn bestimmte Levels natürlich nicht halten, kommt das nächste Level. Deswegen kann man natürlich die Märkte und muss man auch nicht weit vorher sagen. Wozu auch? Uns reichen ja ein, zwei Monate und das ist durchaus machbar. Bitcoin ist auch in einer Konsolidierungsphase. Vom Monthly aber immer noch sehr stark aufwärts. Also praktisch steigender Aufwärtstrend. Aber die Movings sind schon ein bisschen hinterher. Und egal wie toll Bitcoin ist und Halving hin und her. Die Märkte folgen den Mean-Reverse-to-Mean-Effekten, dynamischen Effekten extrem. Also niedrige Wohler sucht hohe Wohler, hohe Wohler sucht niedrige Wohler. Das sind die Playbooks of the Market. Und da wir hier schon sehr stark gestiegen sind, werden wir konsolidieren. Der Zeitpunkt ist jetzt da. Bei Bitcoin sehe ich hier auch in den nächsten Wochen. Und da läuft er dann eigentlich auch ein bisschen wie der S&P. Und dass wir hier auch dieses Dreieck hier sehr wahrscheinlich abbilden. Vielleicht nochmal die Neuner antesten so in diesem Bereich. Aber ich vermute sehr stark, dass er sich hier, wie gesagt, das ist jetzt nicht zeitlich. Das kann er schnell machen, dann wieder hoch. Kann erstmal hoch und dann wieder runter. Aber er wird früher oder später mit hoher Wahrscheinlichkeit die 20er berühren müssen. Damit er hier wieder frisch, fromm, fröhlich, frei seinen, wenn auch immer, das sehen wir dann, Aufwärtstrend eben fortführen möchte. Also Bitcoin, den die Bitcoin haben, können sich auf eine leichte Konsolidierung. Also bis in diese Regionen 5, ja sagen wir mal 56.800, 900 um den Dreh. Und vielleicht noch kurzfristig die 55.000, 66.000. Das sind Zahlen, mein lieber Mann. Das ist schon ordentlich. Also das ist hier bei Bitcoin los. Und Gold, ja wie gesagt, ich war auch am Freitag auf den Investor. Da werden wir sicherlich hier noch ein Video, ein extra Video machen bezüglich Metals. Sehr, sehr spannendes Thema. Und eins ist auf jeden Fall klar, dass die Metals laufen werden in den nächsten Jahren. Jetzt ist es so, wir als Trader, wir können dann entweder ein bisschen Gold kaufen oder Silber. Kupfer wird schon ein bisschen schwieriger vielleicht. Also physisch und dann so ein bisschen sammeln für die Futures Trades. Das müssen wir also in die 3, 4 Monats Swing Trades rein. Und da nützt es uns ja nichts, wenn wir wissen, hey die Märkte sind ja grundsätzlich super long. Wie spielen wir das? Natürlich kann man die GDX oder GDL spielen oder auch andere. Gold kurzfristig oder jetzt aktuell ist noch... Sprich, also so wie wir sie definieren, das heißt zwischen den Bändern, zwischen der zweiten und dritten, das heißt der Markt ist noch hier sehr, sehr dynamisch. Wir warten ab, es wird sicherlich eine Entscheidungswoche für Gold werden, dass wir hier den Schlusskurs, also wo wir ihn testen, wenn wir hier unter 2300 haben werden, dürfte es im Manslin ein bisschen düsterer werden. Schaffen wir dieses Level, könnten wir dann nochmal Anfang Mai, Mitte Mai nochmal einen kleinen Schub bekommen und dann noch ein bisschen sehen, was er schafft. Vom Weekly ist noch alles in Ordnung, wir haben keinen fallenden ADX, das heißt der Markt hat hier auch genug Luft, hier nochmal loszulegen. Und wenn wir uns Daily anschauen, das warten wir eigentlich nur drauf. Der erste Ausreißer wäre zum Beispiel, wenn wir die 20er auf Schlusskurs überspringen oder Richtung Paralaufen, dann könnte er sich hier nochmal die oberen Region vorknüpfen. Ich denke, das wird eine Widerstandszone werden, die Parabolik. Da kann man sich darauf einstellen, dass die 2,4 vielleicht nicht mehr so leicht geknackt wird oder sie wurde kurzfristig geknackt, aber das wird ein bisschen schwer für den Markt. Aber das nochmal zu testen ist sicherlich drin in den nächsten Tagen. Grundsätzlich aber läutet schon so eine leichte Konsolidierung ein. Und ja, das war es mal. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Wie gesagt, wir haben auch hier, wenn jemand vertieft hier in die ADX-Welt, in die Preis-Action-Welt, Bollinger etc. einsteigen will, habe ich hier auch mein Webinar oder unser Webinar hier verlinkt. Und auch im Sebra-Trading nehmen wir die ADX-Schule hier zum Anlass und setzen eben auch entsprechende Money-Management-Techniken auf. Ja, viel Spaß und bis bald. Tschüss. Ja, viel Spaß und bis bald. Tschüss.